Wolltest du auch schon immer Urlaub auf einer einsamen Insel machen? Warum Inseln oft gar nicht so einsam sind und ausgerechnet dort einzigartige Tierarten anzutreffen sind, erfährst du in diesem Video. Charles Darwin ist ein wichtiger Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Seine Theorie zur Entstehung der Arten ist noch heute eine Grundlage der Evolutionsbiologie. Während seiner Weltumseglung kam er 1835 auf den Galapagos-Inseln an. Diese Inselgruppe liegt etwa 1000 Kilometer von der Westküste Südamerikas entfernt. Die Tier- und Pflanzenwelt dort begeisterte Darwin. Und er stellte sich die Frage, wie es zu diesen besonderen Arten, die zum Teil nur auf den Galapagos-Inseln zu finden sind, kommen konnte. Eine Antwort? Adaptive Radiation. So entstanden zum Beispiel die Galapagos-Finken, auch Darwin-Finken genannt. Mehr als ein Dutzend Arten sind bekannt, darunter Insektenfresser und Pflanzenfresser. Sie leben am Boden, auf Kakteen oder auf Bäumen. Besonders die Schnäbel der verschiedenen Arten unterscheiden sich deutlich. Sehen wir uns nun die adaptive Radiation mal genauer an. Man nimmt an, dass wenige Individuen der Stammart vom amerikanischen Kontinent auf eine der Galapagos-Inseln gelangten. Diese Vögel bildeten die sogenannte Gründerpopulation. Sie fanden genug Nahrung, wahrscheinlich Körner, und konnten sich vermehren. Von Konkurrenz keine Spur. Ein wahres Schlaraffenland für die Finken. Doch dann wurden es immer mehr Finken auf dieser Insel. Und es kam zu innerartlicher Konkurrenz. Finken, die neue Lebensräume und neue Nahrungsquellen nutzen konnten, hatten einen Selektionsvorteil. Wenn sie zum Beispiel auch Insekten fressen konnten, hatten sie plötzlich eine große Speisekarte zur Auswahl. Wer will denn noch Körner fressen? Sie besetzten also eine andere ökologische Nische. Was das ist? Der Begriff ökologische Nische beschreibt die Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die den Individuen einer Art das Überleben in ihrem Lebensraum ermöglichen. Zurück zur adaptiven Radiation. Einige Finken gelangten auf eine zweite Insel. Dadurch fand eine Separation statt. Zwei getrennte Populationen entstanden. Bei diesen Gruppen verlief die Evolution unterschiedlich. Ursachen dafür waren zum Beispiel Mutation und Rekombination und, je nach Umwelt, unterschiedliche Selektionsfaktoren. Dadurch kam es schließlich sogar zu einer reproduktiven Isolation. Aus einer Art waren also zwei Arten entstanden, die sich auch dann nicht mehr kreuzen konnten, wenn die beiden Finkengruppen wieder aufeinandertrafen. Der gerade beschriebene Vorgang wiederholte sich und es entstanden die verschiedenen Galapagosfinken, die alle an jeweils andere ökologische Nischen angepasst sind. Die verschiedenen Schnabelformen können so als Angepasstheit an die speziellen Ernährungsweisen gedeutet werden. Adaptive Radiation ist also die Auffächerung einer Stammart in viele neue Arten, die unterschiedliche ökologische Nischen besetzen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die Galapagosfinken sind ein Beispiel für adaptive Radiation. Die Arten unterscheiden sich deutlich in ihrer Schnabelform, was als Angepasstheit an ihre spezielle Ernährungsweise gedeutet werden kann. Adaptive Radiation ist also die Auffächerung einer Stammart in viele neue Arten, die unterschiedliche ökologische Nischen besetzen.